Die Terroristen waren keine Einzelgänger. Sie sind aus gesellschaftlichen Entwicklungen hervorgegangen. Ihre geistigen Wurzeln lagen nach dem eigenen Selbstverständnis der RAF in der studentischen Protestbewegung und auch in der außerparlamentarischen Opposition zur großen Koalition. Als sich die Protestbewegung langsam totzulaufen drohte, haben sich einige Radikale zu einer Gruppe zusammengerottet, um gewalttätig gegen den Staat, seine staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen vorzugehen.